Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Lärmschutz, SC Freiburg darf neues Stadion nicht nach 20 Uhr nutzen. Der SC Freiburg darf in seinem neuen Stadion laut eines Beschlusses des Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg aus Lärmschutzgründen keine Spiele nach 20 Uhr sowie sonntags zwischen 13 und 15 Uhr austragen. Wie am Mittwoch bekannt wurde, fällte der zuständige Verwaltungsgerichtshof bereits am 2. Oktober den unanfechtbaren Beschluss, wonach die Arena aus Gründen des Lärmschutzes während üblicher Anstoßzeiten nicht für Fußballspiele genutzt werden darf. Laut Mitteilung des VGH betrifft dies die täglichen Ruhezeiten zwischen 20 und 22 Uhr sowie die sonntaglichen Ruhezeiten zwischen 13 und 15 Uhr und die Nachtzeit ab 22 Uhr. Stand jetzt, Freitagabend, Samstagabend und Montagabend keine Heimspiele. Allein in der Bundesliga könnten die Freiburger, die in der kommenden Saison in das neue Stadion umziehen wollen, nach derzeitigem Stand am Freitagabend, Samstagabend und Montagabend keine Heimspiele bestreiten und auch mögliche Sonntagsspiele um 13.30 Uhr nicht ausrichten. Der Ursprung der VGH-Entscheidung liegt in einer vom Regierungspräsidium Freiburg am 15. November 2018 erteilten Baugenehmigung, für die Errichtung eines Fußballstadions mit Nebenanlagen im Freiburger Stadtteil Brühl. Dagegen beantragten mehrere Bewohner des nahegelegenen Stadtteils Mooswald gerichtlichen Eilrechtsschutz. Beschwerden von Anwohnern teilweise stattgegeben. Der dritte Senat des VGH gab den Beschwerden der Antragsteller nun teilweise statt, weil die in der Baugenehmigung festgelegten maximalen Lärmwerte für den Spielbetrieb in den genannten Ruhezeiten das zumutbare Maß überschreiten würden. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Im Hauptverfahren kann das Gericht noch zu einer anderen Einschätzung kommen. Eine Stellungnahme des Klubs und der Stadt gab es zunächst nicht. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den Gönsten haltet. Das ist ja super krass, was dort auf dem Sportclub Freiburg zukommt. Ich hoffe, dass sich da alles noch zum Guten wenden wird. Schreibt es mal in die Kommentare, welche Meinung ihr dort vertretet oder ob ihr das Ganze für schwachsinnig oder für gut haltet, weil ihr das Ganze nachvollziehen könnt, wie es den Nachbarn dort geht. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.